Sie haben ganz toll mitgebracht. Herzlichen Dank. Das ist ganz wichtig für uns als Koorden. Wir merken, da kommt nichts an, es fehlt noch was. Es ist toll, dass es ja ein ansteckiges. Ich möchte mich ganz herzlich hier bei euch als Koorden danken. Es war auf dem Wochenende, ich mache es schon mehr aus der Werkshops, es war der größte Werkshops, es waren 40 Leute und es war uns ganz toll, dass ihr alle mitgemacht habt, euch angemeldet habt, euch die Zeit gebraucht und es viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank, haben wir hier für den tollen Koorden. Und dann möchte ich euch noch vielen Dank hier bei den beiden hier und bei meiner Tochter, bei meiner Name, die jetzt bei den Workshops hier dabei sind. Und es ist richtig toll, dass wir uns hier in den Workshops hier jetzt hier schon haben, Meite, Propogenes und der Rolle Zerbin sein Geschenk, euch zwei hier so Workshops zusammen zu machen. Und dass wir das, was wir so häufig machen können. Und ich hoffe, dass wir uns auch empfehlen. Ja, vielen Dank. Applaus Für alle die, die Lust bekommen haben, es sagen, auch hier, da können wir auch mal mitmachen oder sowas, wenn wieder sowas ist. Es gibt den nächsten Workshop in Langenheim-Ziebwerk am 2. Januar, am 13. bis 15. Januar. Und dann gibt es bei uns in Rossbach einen großen Rossburg-Workshop für vier Wochen, denn wenn er mit zwei Konzerten richtig Fan-Polizei ist oder bei einem Schlagzeug der Gitarristen, das ist dabei. Und da gibt es so rote Anmeldeblätter, habe ich auch hier vorne an Eingang gelegt. Könnt sich gerne mitnehmen, mal durchlesen oder für jemanden mitnehmen, dem weitergeben. Und da kann man gerne auswachen. Und es sind fünf Mittwochabende, drei Wochenende. Dann haben wir ein tolles Repertoire für zwei Konzerte drauf. Meite ist auch dabei. Und ich kann schon sagen, wir haben das erste Mal im letzten Jahr ein Fabian dabei. Bei Tommy Harris aus dem Leben von Gießen, da freue ich uns schon so das drauf, wie das wird. Ja, Sie möchten was sagen. Ja, ich möchte gerne was sagen. Nachdem es der evangelischen Formierten Kirchenmann-Läuferseiten des Kirchenvorstandes speziell, und natürlich auch was mitwirken können in dem Workshop. Das war ganz toll. Das hat uns sehr erhoben. Wir sind glücklich und froh. Und weil man ja nicht nur glücklich und froh sein soll, sondern auch ein ganz Dankeschön überreichen, haben wir hier in Korn sammelt. Und möchte eben in der Umgabe einen Restaurant-Gutschein überreichen. Für Sie, ihr Töchterchen, das ist schon so wacker unterstützt. Gemeinde und für den Pianisten heute. Und wir müssen eben heute einen fröhlichen Abend überbringen. Wenn ihr nicht schon wieder irgendwo unterwegs seid, auf einem nächsten Podcast. Also, herzlichen Dank. Dankeschön. Applaus Also, wir sollen noch eine Zufallgabe nach dem Sieg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.